Ein Fußweg geht durch das alte Städtchen Mayenfeld. Er führt über grüne Felder und Wälder, durch duftende Bergkräuter direkt zu den Alpen hinauf. An einem sonnigen Junimorgen steigt auf diesem Weg eine junge Frau hinauf. Sie hat ein Kind, das etwa fünf Jahre alt ist, an der Hand. Das Gesicht des Kindes ist rot vor Hitze. Es ist so verpackt, dass man die kleine Person gar nicht erkennen kann. Zwei oder drei Kleider hat es übereinander und noch ein großes, rotes Tuch darüber. Die kleinen Füße stecken in schweren Bergschuhen. Als die beiden eine Stunde gestiegen sind, kommen sie zu einem kleinen Dorf. Hier werden sie fast von jedem Haus aus gegrüßt, denn hier ist der Heimatort der jungen Frau. Sie machen aber nirgendwo Halt. Alle Grüße und Fragen beantwortet die junge Frau im Vorbeigehen, ohne stehen zu bleiben. Dann ruft aus dem letzten Haus eine Stimme. Warte einen Augenblick, Dete. Ich komme mit. Die junge Frau bleibt stehen. Sofort macht sich das Kind von ihrer Hand los und legt sich auf den Boden. Bist du müde, Heidi? fragt Dete. Nein, aber mir ist heiß, antwortet das Kind. Wir sind in einer Stunde oben. Du musst dich noch ein bisschen anstrengen und große Schritte nehmen. Jetzt kommt eine dicke Frau aus der Tür und geht weiter mit den beiden. Heidi wandert hinter den zwei Frauen her, die sich gut unterhalten. Aber wohin willst du eigentlich mit der kleinen, Dete? fragt die dicke Barbel. Es ist wohl das Kind deiner Schwester, nicht wahr? Ja, sagt Dete. Ich will mit Heidi hinauf zum Öhe. Sie muss dort bleiben. Was? Beim Alm? Öhe soll das Kind bleiben? Du bist nicht recht bei Verstand, Dete. Wie kannst du so etwas tun? Der Alte wird dich gleich heimschicken. Das kann er nicht. Er ist Heidis Großvater. Ich habe das Kind bis jetzt gehabt. Aber nun habe ich Arbeit in Frankfurt bekommen und kann sie nicht mitnehmen. Jetzt muss er etwas tun. Ja, aber er ist doch nicht wie andere Leute, sagt Barbel. Du kennst ihn ja. Was wird er mit so einem Kind anfangen? Er ist der Großvater. Er muss für Heidi sorgen. Ich möchte nicht das Kind sein, ruft Barbel. Niemand weiß, was mit dem Alten da oben ist. Er will mit keinem Menschen etwas zu tun haben. Sie fasst Dete am Arm. Du weißt doch wohl die ganze Geschichte von deiner Schwester, nicht Dete? Ob er immer so war, weiß ich nicht genau. Ich bin jetzt 26 und er ist wohl 70 Jahre alt. Sie sieht sich um, ob das Kind nicht zu nahe ist und alles hört, was sie sagen will. Aber es ist gar nicht zu sehen. Und dann beginnt Dete zu erzählen, was sie über Heidis Großvater weiß. Alle nennen ihn Öhe. Seit er auf der Alm lebt, heißt er nur Alm, Öhe. Er redet mit niemandem und es geht ihm auch jeder aus dem Weg. Der Öhe hatte einen Sohn, den Tobias. Tobias, Frau war Adelheit, Detes Schwester. Tobias aber kam bei der Arbeit ums Leben und kurz danach starb Adelheit aus Kummer. Die Leute sprechen immer noch von dem traurigen Ende. Sie sagen, das sei die Strafe, weil der Öhe mit Gott und den Menschen in Unfrieden lebt. Für das kleine Kind von Adelheit und Tobias sorge ich, erzählt Dete weiter. Aber wo gehst du eigentlich hin, Babel? Wir sind ja schon fast auf der Alm. Ich bin gleich da, wo ich hin muss, antwortet die Babel. Ich will zu Geißen Peters Großmutter. Leb wohl, Dete. Dete bleibt stehen, während Babel auf eine alte, braune Hütte zugeht. Hier wohnt der elfjährige Geißenpeter mit seiner blinden Großmutter. Jeden Morgen holt Peter unten im Dorf die Geißen. Er geht mit ihnen hoch auf die Alm, wo sie Kräuter fressen. Abends kommt er mit den Geißen wieder hinunter und jeder holt seine Geiß. Dete wartet und zieht sich nach den Kindern um. Sie kann sie aber nirgendwo sehen. Geißenpeter Geißenpeter